Ich möchte die Formel S ist 1,5 AT² erklären, also die Strecke ist 1,5 mal die Beschleunigung und Zeit zum Quadrat. Ich befinde mich jetzt in diesem Fall, das Radl steht an der roten Ampel und wird dann immer schneller. Also nicht der andere Fall mit der konstanten Geschwindigkeit, wo ich mit gemütlichen 22 km pro Stunde so dahin radle. Und ich fange jetzt aber trotzdem mit diesem V-Konstant an, mich interessiert der Weg. Also hier habe ich ja V ist S durch T, die Geschwindigkeit ist Strecke durch die Zeit und mich interessiert der Weg S. Also mache ich nach dem Weg auflösen mal T, dann habe ich S gleich V mal T. Also für den Fall der konstanten Geschwindigkeit noch nicht das, was mich eigentlich interessiert. Und das bedeutet also jetzt in dem Fall, wenn ich mir als Zeit die ersten drei Sekunden anschaue, habe ich eine Geschwindigkeit von 6 m pro Sekunde und das ist Länge mal Breite. Das ist hier eine Fläche. Also ich bin hier im Zeit-Geschwindigkeitsdiagramm, die Fläche dieses Rechtecks, 3 mal 6 ist 18 m, das ist mein Weg. Delta S ist 18 m. Und diese Idee übertrage ich jetzt auf den Fall der konstanten Beschleunigung. Also auch hier habe ich im Zeit-Geschwindigkeitsdiagramm die Fläche zwischen 0 und 3. Das wird mein Weg, mein gesuchter Weg sein. In dem Fall aber ein Dreieck. Also aus der Mathematik weiß ich, A Dreieck, die Fläche eines Dreiecks ist 1 halb mal die Grundlinie mal die Höhe. Das heißt, die Fläche ist jetzt 1 halb. Da unten habe ich drei Sekunden. Also mal T mal, die Höhe ist mein V mal V. Und das ist noch nicht so das, was ich brauche. Das heißt, ich nehme eine zweite Formel. Die Beschleunigung ist V durch T. Delta V durch Delta T. Also die Beschleunigung ist immer die Änderung der Geschwindigkeit und die Zeit. Das löse ich nach V auf. V ist A mal T. Und setze das da ein in die andere Geschichte. Und dann bekomme ich S gleich 1 halb mal T mal A mal T. Also wenn ich jetzt hier so diesen grünen Batzen da einsetze. Und das ist das Gesuchte. Der Weg ist 1 halb mal die 1 halb mal A erst mal T Quadrat. Ja, wunderbar. Und das gilt eben für die Ampelsituation. Null und wegstarten. Also der Weg, wenn ich mich gleichmäßig bewege, dann ist der Weg einfach Geschwindigkeit mal Zeit. Und wenn ich mich beschleunigt bewege, ist der Weg die Beschleunigung mal die Zeit zum Quadrat mal 1 halb. Ein Beispiel, Zahlenbeispiel radieren und loslegen. Also ich will hier den Weg berechnen. Ich habe hier gegeben, habe ich A ist 2 Meter durch Sekunde Quadrat und T gleich 3 Sekunden. Das heißt, welchen Weg lege ich hier zurück? Und dann habe ich einfach der Weg ist 1 halb mal die 2 Meter durch Sekunde Quadrat mal 3 Sekunden in Klammern Quadrat. Sekunde Quadrat kürzt sich weg. Und dann habe ich den Weg von 9 Metern. Und eben, das ist wie besprochen, die Dreiecksfläche und das TV-Diagramm. Genau, das ist... Das ist...